So, herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Trotz doch etwas schwächer als erwarteter Einzelhandelsumsätze in den USA deuten die Futures momentan jedenfalls noch auf eine freundliche Eröffnungsphase hin. Und apropos freundlich, das ist das Stichwort für meine Kollegin Franzi Schimke in Frankfurt. Grüß dich. Der DAX nicht ganz so freundlich aufgelegt, der zeigte sich jetzt ein wenig beeindruckt. Hat das jetzt mit den US-Daten zu tun oder gibt es bei euch irgendetwas, von dem wir vielleicht wissen sollten? Nee, ich würde jetzt erstmal behaupten, das hat tatsächlich mit den US-Konjunkturdaten zu tun. Aber freundlich ist er ja eigentlich schon trotzdem auch unterwegs. Denn heute Morgen waren wir durchaus gut gestartet. Wir hatten gute Konjunkturdaten aus China. Die Exportdaten waren zum Jahresauftakt unerwartet stark unterwegs. Und dann ging es rauf bis auf 11.261 Zähler. Jetzt aktuell sehen wir den DAX bei 11.180 Punkten, ist trotzdem noch ein Plus von 0,1 Prozent. Und wenn wir bedenken, dass wir vergangenen Freitag ja noch bei 10.863 Punkten waren, haben wir innerhalb dieser Woche doch schon einiges an Boden gut gemacht. Wir werden aber vor allem getragen durch die Hoffnung. Die Hoffnung, dass man das Thema Haushaltsstreit, das Thema Handelsstreit, das Thema Brexit irgendwie vorantreibt und zu einem Ergebnis kommt. Und so ein bisschen fehlen einfach die Fakten. Und das ist eben das, was dann so ein bisschen auch den Deckel oben drauf setzt und letztlich den Markt auch wieder so ein bisschen dämmt. Werfen wir einen Blick auf die Top-Werte. Wirecard einmal mehr im Gespräch. Heute geht es fast 7 Prozent für das Papier nach oben. Immer wieder die Aktie aktuell durch Kursturbulenzen im Fokus der Investoren. Gestern kam auf, Sammelklage wäre ein Thema. Dann hieß es, ja, das Papier ist ja aber hier gelistet. Von daher wird das vielleicht nicht die ganz großen Auswirkungen haben. Heute dann eben mal wieder ein Stabilisierungsversuch. Die Aktie auf jeden Fall stark bewegt. FMC, Siemens, Covestro und Linde. Ansonsten grün, rot hingegen einmal mehr die Aktie von ThyssenKrupp. Die Kursschwäche, sie setzt sich fort. Die deutsche Börse schwächer. Gestern gab es nachbörslich die Zahlen. Das Jahr 2018 gut gelaufen. Aber Achtung, Phrasenschwein, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und das hat man etwas so vorsichtig formuliert. Den Ausblick und somit auch diese Aktie unter den größten Verlierern. Aber auch Bayer, Continental und die Deutsche Bank schwächer unterwegs. Europaweit die Finanzwerte so ein bisschen schwächlich. Da wird wohl umgeschichtet, denn die Zahlen von der Commerzbank waren nicht so ganz schlecht. Und somit erklärt sich auch da das Minus. Und damit vielen Dank nach Frankfurt für diesen Überblick. Und wir starten dann durch mit der Wall Street. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Die Einzelhandelsumsätze vielleicht nicht so toll. Aber der Stimmung tut das momentan keinen Abbruch. Erstens, weil wir alle noch irgendwie auf Ergebnisse aus den Handelsgesprächen warten. Die Amerikaner und die Chinesen verhandeln fleißig. Es gibt ja die Deadline Anfang März. Das hatte ich alles mehrfach schon erzählt. Also insgesamt eine sehr positive Grundstimmung, dass sich die irgendwie schon noch einigen Werten werden. Später werden wir uns übrigens noch mit einigen Werten aus China beschäftigen. Weil heute Morgen gab es da sehr interessante Konjunkturdaten. Aber zunächst einmal zur Alphabet. Die steigt jetzt um 0,8 Prozent. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass Citi gesagt hat, das ist unser Topic momentan. Es ist nicht mehr Amazon. Die sind vom ersten Platz da runtergeworfen worden. Das wurde einen groß angelegten Wechsel, hat es da gegeben. So, und jetzt ist es, wie gesagt, Alphabet, die momentan für Citi die Nummer 1 sind. An Nummer 2 liegen übrigens Netflix. Und an Nummer 3 hatte ich mir auch aufgeschrieben. Kleiner Trommelwirbel. Facebook. Also, geht doch, läuft doch. Der Newsflow wird immer besser. Und bei Alphabet sehen Sie hier langsam mal der Kampf mit der 200-Tage-Linie. Scheint gewonnen zu werden. Kurzer Pullback, den es da gegeben hat. Aber es sieht eigentlich doch sehr vielversprechend aus. Waren ja auch gute Quartalszahlen. Bei Emerson warten wir mal ab, ob das hier dieses Gestreiche von der Liste, also der Rausschmiss praktisch, dieses vom Thron gestoßen worden sein, ob sich das letztendlich dann irgendwie noch auf den Kurs auswirkt. Und momentan scheinen das die Anleger mit einem Achselzucken zur Kenntnis zu nehmen. Dann ist es halt so. Spannend bleibt das natürlich, diese ganze Gemengelage hier in der Seitwärtsbewegung ohnehin. In den kommenden Tagen werden wir da sicherlich mehr sehen. Cisco Systems hat Quartalszahlen gemeldet. Die sind sehr gut ausgefallen. Der Gewinn je Aktie 73 Cent erwartet worden war 72 Cent. Das ist jetzt vielleicht nicht der ganz große Brüller. Aber Cisco hat ein paar Dinge gesagt, die sehr wichtig und vor allem die sehr gut am Markt angekommen sind. Es geht zum einen darum, dass das Thema Cyber Security, das betrifft uns alle, die wir irgendwo vernetzt miteinander sind, dass dieses Thema ordentlich läuft und momentan für Wachstum sorgt. Dann hat der Konzern angekündigt, dass man das Aktienrückkaufprogramm um weitere 15 Milliarden Dollar aufstocken will und hat dann eine 6%ige Dividendenerhöhung auch noch bekannt gegeben. Und das alles sorgt dafür, dass wir hier so ein, nicht mit einem lauten Knall, es ist ein kleiner Knall, aber es ist ein Knall über diese horizontale Widerstandszone drüber ausbrechen und uns dann mal die 50 Dollar vornehmen werden. Cisco ja, wie gesagt, es war wohl erwartet worden, dass das ganz gut läuft, weil zuletzt eben sehr stark unterwegs gewesen die Aktie. IKishi, ich habe es ja gerade gesagt, ich komme jetzt mal mit ein paar Nebenwerten aus China um die Ecke. Weshalb tue ich das? Nun, weil die Chinesen heute Morgen sehr gute Konjunkturdaten gemeldet hatten. Und Sie werden sich vielleicht daran erinnern, ein Hauptaugenmerk bei den Handelsgesprächen, wenn man von der US-Seite ausgeht, dann war es ja Druck auszuüben durch die Strafzelle natürlich und dass man die Chinesen zum Einlenken bewegen kann. Und allgemeiner Tenor war, die Wirtschaft wird sicherlich unter diesen Handelsstreitigkeiten leiden. Ja, das hat sie auch getan anfangs. Allerdings, die Zahlen für Januar, die belegen etwas ganz anderes, nämlich, dass sich die meisten Volkswirte ganz einfach geirrt haben. Denn da hat China bei den Exporten ein Plus eingefahren von, es waren rund 9 Prozent, erwartet worden war ein Rückgang um 3 Prozent und bei den Importen hat sich das Ganze ähnlich dargestellt, also ähnlich positiv dargestellt. Also insgesamt sieht es so aus, als wenn China momentan sich besser entwickelt als insgesamt angenommen. Und wenn man sich so die vergangenen Monate anschaut, und das waren ja die Auslöser, das war ja der Auslöser, dass die Kurse gefallen sind, weil man dachte, naja, China leidet, China leidet, China leidet, der Handelsstreit wird dafür sorgen, dass die Konjunktur irgendwann abgewirkt wird. Nein, scheint momentan eben nicht der Fall zu sein. Jetzt reichen einzelne Daten nicht aus, um gleich mal hier von einer generellen Trendwende zu sprechen. Aber sie geben auf jeden Fall, sie dämpfen die Sorgen und die Ängste und geben Anlass zur Hoffnung. Und ich denke, dass in so einem Umfeld sich Werte wie Aikishi, das ist ja die chinesische Ausgabe von Netflix, um es mal so salopp auszudrücken, dass die in einem solchen Umfeld dann doch wieder mal ordentlich Gas geben könnten. Gleich weiter, Bauzun, das ist die chinesische Ausgabe von Shopify. Auch hier gehen wir davon aus, dass insgesamt ein verbessertes Stimmungsumfeld den Kurs treiben könnte. Die Aktie auch übrigens gar nicht so hoch bewertet. Momo gilt dasselbe, haben wir jetzt auch noch mal mit dabei. Die bringen ja demnächst auch noch Quartalszahlen, ebenso wie Weibo. Die sind jetzt nicht mehr dabei, dafür haben wir den Want Index noch mal mitgenommen. Sie sehen es hier kurz vor einem technischen Kaufsignal. Und ich glaube, wir hatten, und das ist ganz genau, wenn wir das hier einziehen, diese horizontale Widerstandszone, die haben wir überschritten, sind jetzt an der 200-Tage-Linie dran. Und Sie wissen ja, auf dem Want Index gibt es verschiedene Faktorzertifikate 1, 2 und 5, glaube ich. Also können Sie sich genau nach Ihrem Risikoprofil raussuchen, ob Sie nicht vielleicht lieber sich vier Werte Weibo, das ist Weibo, Alibaba, NetEast und Tencent, in einem Produkt kaufen und dann der ganzen Sache etwas gelassener gegenüberstehen. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Da kann ich klicken, wie ich will, da kommt nichts mehr. Ihnen einen schönen Tag. Hoffen wir mal, dass die gute Stimmung sich heute im US-Markt zumindest fortsetzt oder anhält und nicht am Ende wieder alles zusammenbröckelt. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik